Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge hatten wir ja eigentlich den Fallbruch abgeschlossen. Das heißt, wir haben den letzten Boss erledigt. Oder überhaupt den Boss. Wir haben jetzt noch zwei kleine Nebenquests für Blackwell, die wir noch erledigen müssen. Und da marschieren wir mal eben hin. Dann habe ich mal geschaut für unsere Quest hier. Für unsere Spezialisierung. Brauchen wir ja Lasurid. Das kriegen wir überhaupt nicht. Das ist in einem ganz anderen Gebiet. Da muss ich auch dann mal schauen, ob wir überhaupt schon hin können. Vom Level her. Das sind drei Gebiete, wo man es kriegen kann. Da muss man mal schauen. Lotus nehmen wir mit. So. Wo sind wir jetzt hier? Ne, wir müssen. Geheimnisvolle Schleier, Feuer, Runen wurden in verschiedenen Felsen und Ruinen im Fallbruch graviert. Vielleicht lassen sie sich hier entziffern. Okay. Wir suchen noch irgendwas eingraviert. Hatten wir das nicht letztens? War das nicht hier irgendwo? Da oben. Da oben. Ich kann mich entsinnen, dass wir da mal was gesehen hatten, aber... Jungs, Mädchen, da bin ich. Mal eben. Ruinen. Ruinen. Das sind Ruinen hier. Oh. Ist hier irgendwas eingraviert? So, vielleicht. Na, gehst du nicht hoch, Schatz? Gut. Ich nicht. Könnte das denn sein? Okay. Das war's. Gut. Dann die nächste Quest. Die müsste dann... war hier auch irgendwo in der Nähe, ne? Der Ba... was? Wo kommen wir denn da rein? Die Dämonen sind raffiniert. Einem Fallbruch gebogenes Tagebuch. Was ist denn da der Eingang? Hm. Interessant. Achso. Habe ich jetzt hier Marker gesetzt? Entschuldigung. Wollte ich nicht. Da. Das haben wir doch erledigt. Da haben wir da irgendwas übersehen. Weil eingenommen haben wir es ja hier. Diese Dämonen einen Fallbruch gebogenes Weiß auf eine sehr, eher labile Abtrünninge. Steckt sich hier noch jemand? Wo gehen wir jetzt? Gehen wir jetzt schon wieder zurück? Ne. Ich hab´ dabei noch ein. Das ist ja... Das ist ja... Was ist das denn, ja? Was ist das denn, ja? Ich hab´... Wie war denn? Ich hab´... Was ist das? Was ist das? Nehmen, achso, die Fackel. Erdeckt verstecktes Abdrück. Ist das dann, das ist die Abtrünnige. Okay, wir schauen uns aber erstmal hier rum. Schauen wir hier rum. Der Malotus will dich haben. Komm, da müssen wir doch rüberkommen. Was? Könnt ihr nicht auf mich warten? Woller hoch. Okay. Dann gucken wir mal. Okay. 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 Was ist das? Das könnte ich mal eben jetzt hier, dann könnte ich das Leute schauen. Ich bin tot. Aber sie auch gleich. Okay, da sind wir wieder. Ach, wieso nehme ich denn jetzt wieder die? Kampfmage ausfüllen. Warum wäre ich keine gute, Widi, was auch immer? Weil ihr Fragen wie diese stellt. Wenn es so schwierig ist, liegt es vielleicht daran, dass euer ganzer Kram so bescheuert ist. Es mag mitunter wahr sein. Okay, Stabklinge. Verzauberung, Stabklinge. Ich will das erst klingeln, bevor wir irgendwas aktivieren. Sonst war ja nix, ne? Okay, dann wollen wir es mal aktivieren. Was passiert jetzt? Ich hoffe nicht viel. Was war's? Okay, was sagt denn die Karte? Der Bau? Licht von Andrasta, das haben wir da alles erledigt. Da müssen wir den Erfolg holen. Wir gehen nochmal zurück zum Lager. Zum Lager Lee. Ja, da können wir doch bestimmt jetzt hier... Okay, alles erledigt. Dann kommen wir ab nach Hause. Himmelsfeste? Bitte sehr. Ja, wollen wir. Jetzt ist die Frage... Ja, welches ist die Frage jetzt? Die neuen Gebiete, da muss ich mal gucken, ob wir da hin können. Und diesen blöden Inquisitor Boni brauchen wir, dass wir da die Schlüsse aufmachen können. Wir gehen jetzt direkt mal zum Tisch gucken. Wir müssen ja dann bestimmt nochmal mit allen reden. Gehe ich mal schwer davon aus, also mit denen jetzt die dabei waren. Plus Blackwell. Dann die ganze neue Rüstung noch verteilen, die neuen Waffen. Nach dem Ladebildschirm. Nach dem Ladebildschirm. Ich hatte jetzt auch Level ab, ne? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Ich krieg mal lunchen, bevor ich es wieder vergesse. So. So. Shira. Ja, ein verfügbarer Punkt. Dann würde ich gerne... das machen. Okay, dann hoch zum Tisch. Was ist hier los? Er sagte, eure Anfrage war, äh, eine Beleidigung seines kunarischen Erbes, Botschafterin. Mir ist völlig egal, dass der Sohn des Barons ihn eingeladen hat. Und auch seine Geschichten interessieren mich nicht. Wenn der eiserne Bulle der Soiree beiwohnen möchte, dann nur mit einem passenden Hemd. Ja. Ja. Ja? Wir sehen uns die Leute. Wir haben bei den Adeligen viel Wohlwollen erlangt. Und sie werden freundlich daran erinnert werden. Okay. Also nichts Neues. Wir unterhalten uns dann später. Was? Das ist normalerweise mein Spruch. Kriegsrat einrufen. Inquisitor Boni Null. Da haben wir ganz schön viel Machtpunkte gesammelt. Das wollte ich mal gucken. Eine Handwächtige andere. Die so seltene Bestände. Anspruchsvolle Kunden aus Buster. Freunde will ich ihm versuchen. Schachern Bell. Verzaubernde Länder. Himmelsbeobachter. Wo ist denn das mit den... Jeder Händler. Einkäufer. Verhandlungen. Nur das Beste. Perfekte Stecklinge. Adlerauge. Das müssen wir freischalten. Was? Das wissen die Ausrüstung und die durch... Vier erforderliche Punkte in dieser Kategorie. Wir müssen also vier Sachen freischalten. Boah. Puh. Wie soll das gehen? Schaffen wir niemals. Inquisitor Punkte brauchen wir. Wir fühlen uns geehrter Inquisition zu dienen und werden unverzüglich aufbrechen. Ich bete dafür, dass ihr Koffer ist, was auch immer er sein mag rasch besiegt. Er ist erschreckend mit anzusehen, wie Dämonen in unsere Welt strömen und unschuldige Leute in Gefahr bringen. Und als Medium habe ich die Geister eingehend studierend. Ich weiß, dass viele dieser armen Geschöpfe unserer Welt nie etwas Böses wollten. Und gegen ihren Willen blibla blub. Jetzt. Äh. Dann kann man nochmal Gold. Fangen wir an. Ja. Machen wir hier. 39 Minuten. 57 Minuten. 54 Minuten. Okay. Dann, äh. Was haben wir noch? Verbesserte Stabilität. Die Bemühungen des Inquisitors, die Risse ins Nichts zu schließen, haben verschiedene Regionen von Thedas stabilisiert. Einige Dämonen sind allerdings zurück in die Inquisition, sondern einige Besucher, sich dieses Problems anzunehmen. Kostet keine Machtpunkte, ne? 39 Minuten. 54 Minuten. Fassen sie kann es nicht, weil sie gesperrt ist. Okay, dann machen wir es mit ihm. Gehen wir uns an die Arbeit. Jawohl. Äh. Ansonsten wüsste ich nicht. Gange. Die Waffe haben wir abgeschlossen. Ein Weg durch die Frostgipfel verfügbar. Nachdem ihr den Fallbruch gesichert habt, haben wir das Gebiet erkunden und sind dabei auf eine alte Straße gestoßen, die nach Westen ins Frostgipfelgebür geführt wird. Wenn sie instand gesetzt wird, könntet ihr sie nutzen, um euch wochenlang reisen durch die Berge zu ersparen. Ich persönlich wäre lieber durch Nest als halb erfroren. Ja, dann. Dann wollen wir doch mal sehen. Machen wir das doch. So. Die Westgrade. Die Scherben. Da, da. Die erhabenen Ebenen. Da kriegen wir dieses Gebührerz, was wir da brauchen. Welches Level ist denn das? Steht nicht dabei, ne? Würde um 8 macht gar nichts. Die Leute werden euch unterstützen. Wir schalten uns mal frei. Nur, dass wir da, äh, portet ihr uns da jetzt hin? Okay, neues Gebiet. Gruppe sammeln. Gruppe sammeln. Nein, jetzt nicht. Flescht. Ressourcen erhabenen Ebenen. Die auf anderen Ebenen sind ausgezählte Quelle für Fleschtrebenpflanzen. Außerdem sind da verschiedene Veriligungen in Betrieb. Okay. Ich will eigentlich nur mal kurz dann hin, die paar Erze holen, die wir brauchen. Und dann, äh, weißt du? Aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir dann. So, ich mach das zwischen den Folgen. Aber wie kriegen wir denn bitte schön mehr Einfluss? So, wir können noch ein Urteil fällen. Äh, ne, mit ihr haben wir ja schon. Können zu Gericht sitzen. Hu. Dieser Fall ist ein wenig befremdend. Nach eurer Rückkehr aus den Sümpfen, fanden wir diesen Mann wie er die feste Angriff mit einer Ziege. Hä? der niederträchtige er fühlt sich beleidigt weil seine Ava Brüder getötet wurden nachdem sie euch wiederholt angegriffen hatten was sollen wir mit ihm machen wohin wollt ihr ihn schicken uns von seinem Gestank zu befreien Prozent Prozent ihr seid ein Häuptling der Ava werdet ihr mit euren Angriffen fortfahren ein Gerichtssaal das ist unnötig ihr habt meinen schwachsinnigen Sohn getötet also musste ich euren Besitz mit Ziegenblut beschmieren seht nicht mich an damit sind wir quitt er sollte Tevin Teraner töten hat sich aber mit eurer Inquisition angelegt rothaarige Weiber schenken einem eben nur Rotzlöffel macht was ihr für richtig haltet Inquisitor mein Clan wird sich fügen meine verbliebenen Söhne haben ihren Verstand noch in ihrem Kopf ha 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 hm unser Zwist war offenbar nur ein Missverständnis Häuptling Moveren doch das darf sich nicht wiederholen ich verbanne euch und euren Clan mit so vielen Waffen wie ihr tragen könnt nach Tevinter ha 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 dann war mein schwachsinniger Junge also letztlich doch zu was gut ha 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 ja so gefundene Throne 4 von 21 obwohl ich finde den cool den behalten wir gut Kinders dann würde ich sagen machen wir hier einen Cut dann sind wir durch für heute wir sind jetzt bei 21 Minuten knapp 22 ich werde jetzt zwischen den Folgen die Rüstung noch verteilen und alles schick ordentlich machen ne und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag schönen Abend je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss bis demnächst bye bye und ciao ciao